Wenn du als zweites Fach eine Fremdsprache studierst, musst du im dritten oder fünften Semester ins Ausland gehen. Du kannst dort je nach Gegeben und Möglichkeiten von uns aus auch gerne Module der Biologie studieren. Das musst du vorher mit uns absprechen. Du kannst auch ohne Sprachstudium ins Ausland gehen, entweder zum Studieren oder für ein Fachpraktikum. Auch im Inland kannst du Fachpraktika machen. Nach vorheriger Absprache und Genehmigung sind Auslandsstudium und In- und Auslandspraktikum anerkennbar, also ein Ersatz für unsere Module. Eine tolle Möglichkeit für viele und mit Praktikum eine Besonderheit in Bremen. Dazu gibt es im Laufe des Winters immer gesondert Informationen. Für Fragen zur Mobilität in deinem Studium, also zum In- und Auslandspraktikum und Auslandsstudium, wende dich an Dr. Ute Meier. Bitte nutze gerne die gesonderte E-Mail-Adresse outgoingfb2.atuni-bremen.de als Kontaktadresse. Es gibt in Stud.IP auch eine Veranstaltung mit dem Namen outgoingfb2. Trag dich bei Interesse dort ein. Aktuelle Infos werden dort auch abgelegt.